Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben und zu einer Frage, die einen zwangsläufig befallen muss, wenn man in den Nachthimmel schaut, wenn man die funkelnden Sterne betrachtet. Als Lebensform drängt sich unmittelbar diese Frage auf, ja gibt es da draußen noch irgendwo anders Leben? Leben auf fernen Planeten, vielleicht auch Leben innerhalb unseres Sonnensystems sogar. Dirk Schulze-Markuch von der TU Berlin hat in diesem Bereich vieles für sie zusammengestellt. Welche Planeten, Atmosphären von Planeten, welche Monde kommen hier in Frage, natürlich ist Titan ein heißer Kandidat. Wie könnten wir uns mikrobielles Leben, also kleinste Formen von Leben dort vorstellen? Und letztendlich, wie wären die Chancen von intelligentem Leben außerhalb unseres Sonnensystems? Was für ein Thema, viel Vergnügen dazu. Ich möchte Sie jetzt auf einer Tour mitnehmen durch das Sonnensystem. Und zwar, wir fangen an mit der Erde. Das ist natürlich, wir sind damit am meisten familiär. Wir kennen den Baum des Lebens oder einen Teil von dem Baum des Lebens. Und das ist unser Startpunkt. Nur kurz, um klar zu sein, für was die Erde wirklich habitabel sind. Die Bewohner, wir kennen diese Species hier. Wir mögen das auf dem Land. Wir atmen aus. Wir atmen Sauerstoff. Und wir sind Heterotroph, also wir fressen die anderen. Hier ist der weiße Hai, der frisst auch die anderen. Aber das sind ein bisschen andere Bedingungen im Salzwasser bis 120 Bar. Aber worum es mir geht, das ist auch, dieser Organismus hier zählt auch als Heimat die Erde. Und dieser Organismus, Asidianus Infernus, lebt unter dem Optimum von 88 Grad Celsius. Das mache ich am liebsten. Ein Bar Druck, Wasser, pH, ist sehr säuerlich. Und er tut sich im Prinzip von Mineralien ernähren. Also wir haben, selbst auf unserem Planeten, haben wir sehr viel Diversität. Die erste Station, wo ich Sie mitnehmen möchte, ist Venus. Und hier möchte ich, dass Sie einen offenen Kopf behalten, was sowieso sinnvoll ist, wenn man Astro Biologie macht. Die Oberflächentemperatur ist 450 Grad Celsius. Druck ist 92 Bar. Leben, würden wir sagen, ist nicht möglich. Zumindest nicht heute. Und das ist kein Alien-Artefekt hier. Das ist ein Bild von der sowjetischen Sonde Venera 13. Die hat ungefähr für 20 Minuten dort überlebt. Aber wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, vor etwa 4 Milliarden Jahren, dann sah die Oberfläche von der Venus ungefähr so aus. Weil wir viele Indizien haben für einen früheren warmen Ozean, der wahrscheinlich für hunderte von Millionen Jahren existiert hat. Und mit ähnlichen Bedingungen wie auf der frühen Erde, nur sehr viel wärmer. In diesem Ozean könnten dann Leben existiert haben wie auf der Erde vor dreieinhalb Milliarden Jahren. Also Bakterien, die Photosystem 1 benutzen für ihren Stoffwechsel. So, wenn wir rausgucken, ja momentan ist da nicht viel grün, aber wenn wir uns das Gras zumindest angucken, das Gras ist ja nur grün, dann benutzen die Pflanzen dort Photosystem 2, also produzieren Sauerstoff. Das hier ist Photosystem 1, das ist das ältere Photosystem. Das hier ist Schwefelwasserstoff plus Kohlendioxid plus Licht und dann wird dann organische Substanzen synthetisiert, dann plus Wasser plus Schwefel. So, diese Organismen würden auch auf Venus passen. Da gibt es viele Bakterien, hier Bacillus infernus hat schon den richtigen Namen, die es warm und sauer mögen. Also einen niedrigen pH, der auch auf der Venus existiert, zu diesem Zeitpunkt. So, die Frage ist dann Leben auf der Venus vor vier Milliarden Jahren. Wenn wir davon mal ausgehen, dass das eine Möglichkeit ist, dann haben wir natürlich die Frage, ob das Leben auf der Venus separat entstanden ist. Das könnte es ja durchaus sein, weil die Bedingungen dort sehr ähnlich waren. Im Prinzip eine warme Erde. Aber die Erde war vor vier Milliarden Jahren auch ziemlich warm. Und wir müssen uns im Kopf behalten auch, wir sagen ja immer in der habitablen Zone. Also das ist die Zone, wo flüssiges Wasser stabil auf dem Planeten ist. Und Venus war zu diesem Zeitpunkt in der habitablen Zone. Heutzutage nicht mehr, aber damals schon. Oder wurde das Leben vielleicht von der frühen Erde zur frühen Venus mithilfe von Meteoriten transportiert. Wir wissen von Tests und so, dass wir Bakterien den Transport im Weltraum überleben können. Besonders, wenn sie im Gestein sind. Und haben dann in einem warmen Ozean ein Habitat gefunden. So, wir müssen also beide Möglichkeiten im Kopf behalten. Wie dem auch sei, hätten wir Lebensformen auf der Venus. Und wir wissen dann, was als nächstes passiert ist. Wir haben einen Run-Away-Tripe-House-Effekt gehabt. Global Warming, ziemlich extrem. Und mit den heutigen Temperaturen von 450 Grad Celsius. So, wie könnten dann die Einzeller auf der Venus überlebt haben? Auf der Oberfläche ist es zu heiß. Im Untergrund auch. So, die einzige Möglichkeit, die da vielleicht noch bliebe, wäre die Unteratmosphäre. Wo Temperaturen von 30 bis 80 Grad Celsius herrschen und einbarer Druck. So, könnte Leben auf der Venus sich an diese Bedingungen anpassen und noch heute dort leben. Wie gesagt, die Temperatur ist 30 bis 80 Grad Celsius dort. Einbarer Druck, das kennen wir ja. pH ist 0, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen extrem. Das ist eine Herausforderung. Herausforderung, aber nicht möglich, also noch möglich, weil es Bakterien gibt, die auf der Erde bis minus 0,5 runtergehen. Und Wasser ist natürlich nicht besonders viel da. Aber Toleranz von extremen pH und heißen Temperaturen ist durchaus möglich. Wir können da wieder Asiadus Infernus aufführen, der die Temperaturen von 88 Grad Celsius aufweist, also als Optimum zum Wachsen. Und einen pH-Wert von 0,5 bis 5,5. Es gibt auch noch andere mögliche Argumente für Leben in den Wolken von Venus. Ich weiß, am Anfang scheint das ein bisschen seltsam zu sein vielleicht, aber erst mal ist die Wolkendecke der Venus größer, kontinuierlicher und stabiler und auch wärmer als das auf der Erde, als die Wolken auf der Erde. Auf den Wolken in der Erde, da ist es kalt, das sind Eiskristalle, das geht nicht. Aber auf der Venus könnte es gehen. Und selbst in der Wolken der Erde haben wir Bakterien gefunden, also ich nicht persönlich, aber Birgit Sattler von der Universität Innsbruck, die sich dort vermehren. Ein typisches Beispiel, wenn wir auf andere Planeten gucken und als Indiz für Leben benutzen, ist chemisches Ungleichgewicht. Also auf der Erde sagen wir Sauerstoff und Methan. Die beiden Stoffe sind da und die sind kontinuierlich produziert, weil ansonsten würden die miteinander reagieren. Und da hätten wir Kohlendioxid, wie auf dem Mars. Auf der Venus in der Atmosphäre gibt es auch ein Ungleichgewicht. Wir haben Wasserstoff und Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid. Und die sind im dynamischen Ungleichgewicht in der Atmosphäre der Venus. Das ist natürlich nicht so stark ausgeprägt wie auf der Erde. Und interessanterweise gibt es in der unteren Wolkendecke der Venus Partikel, die sind angereichert und haben die typische Größe von Bakterien. Und die absorbieren UV-Licht. Und zwar diese Schlieren, die man hier sieht, selbst auf diesem Image hier, sind UV-Absorptionsschlieren. Also das wäre eine Möglichkeit. Und wir wissen auch, dass diese Partikel eine Beschichtung haben. Wenn diese Beschichtung aus elementaren Schwefel bestehen würde, was wir nicht genau wissen, dann könnte das das UV-Licht in sichtbare Wellenlängen umwandeln und Photosynthese ermöglichen. Wie Sie vielleicht wissen, ist, dass die Venus-Atmosphäre sehr schnell um den Planeten herum rotiert. Also der Planet selber bewegt sich sehr langsam. Wenn wir auf der Venus-Oberfläche laufen könnten, könnten wir den Sonnenuntergang weglaufen, weil wir schnell genug laufen. Die Atmosphäre ist aber sehr schnell und rotiert wesentlich schneller um den Planeten. So von daher wäre in der unteren Atmosphäre, wenn da photosynthetische Mikroben sind, wäre photosynthese realistisch oder wäre möglich. Wir wissen auch, dass es viele elementaren Schwefel in der Atmosphäre gibt. Hier, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber sehen Sie, hier ist die 20 Kilometer über der Oberfläche, 40, 60, 80 Kilometer über der Oberfläche. So, die interessante Zone ist die hier, wo es sind ungefähr 50 Kilometer über der Oberfläche. Hier ist, wie viele Schwefel da drin sind und wie viele Moleküle der Schwefel hat. Und wir sehen, dass hier genau der Maximum ist, wo am meisten Schwefel ist. Also wenn das der Schwefel ist und die Mikroben abdecken, wären sie geschützt und könnten sofort die Synthese machen. Weiter sehen wir, dass der Schwefel, elementarer Schwefel, hat ein Absorptionmaximum von 285 Nanometer. Und das ist dort auch, wo DNA und Proteine am empfindlichsten sind. Also er würde eigentlich auch diese organischen Moleküle schützen. Sagen wir, okay, wir wollen die wirklich überprüfen mal. Dann, wie machen wir das am besten? Weil die direkteste Methode wäre mit einer Sonde die Mo3 Partikel, also das sind die, die ungefähr ein Mikrometer, zwei Mikrometer groß sind, so groß wie Bakterien, zu knacken und zu analysieren, ob diese organischen Material einhalten, richtig? Weil wenn das Bakterien sind, würden wir organische Stoffe drin finden. Die Pioneer-Sonde in den 80er Jahren, die sollte das machen, aber das Instrument versagte leider. So, wir wissen es immer noch nicht und seitdem hat das kein Instrument mehr gemacht. Und wir können natürlich sagen, oder manche Leute würden sagen, warum sollten da Mikroben sein? Wir finden doch keine organischen Stoffe in der Atmosphäre, wenn wir das testen. Oder es sind ganz wenig organische Stoffe. Aber dasselbe trifft natürlich für die Erde zu. Wenn ich die Atmosphäre der Erde analyse, sind da auch keine organischen Stoffe drin. Ja, weil die in Lebensform gebunden sind. So, was wir vorgeschlagen haben, und das ist schon vor einer Weile her, ist eine Mission, um die Partikel von der Venus-Atmosphäre zu holen. Also die Idee ist dann, einen Orbiter 150 Kilometer über dem Planeten zu haben. Der Orbiter lässt einen Probenbehälter und einen Ballon frei hier. Und hier ist dann der Probenbehälter. Und der hat einen Aerogel und kann dann die Partikel einsammeln im Prinzip. Und da ist dann so eine Rakete mit verbunden. Und die Rakete bringt dann die Proben zum Orbiter. Und der Orbiter kann die zurückbringen zum International Space Station und dort analysieren. Wir würden die nicht unbedingt zur Erde zurückfliegen, weil, ja, wenn da wirklich Mikroben sind, wissen wir nicht, was da passiert. So, wir haben ja das International Space Station, so hätte daher einen guten Zweck. Wir sind auf der Reise durchs Sonnensystem und die nächste Station ist dann Mars. So, die Frage ist, ist Wasser und Leben auf dem Mars? So, wenn wir durchs Teleskop gucken, sehen wir Mars hier. Und da sehen wir schon Valles Marineris hier, wie so eine große Narbe, 3000 Kilometer lang. Da ist der Grand Canyon gar nichts, der passt da mehrere Male rein. Wenn wir uns die Topografie angucken vom Mars, sieht das, sagen wir mal, ungewöhnlich aus. Ja, wir haben hier die Lowlands, also wo es ziemlich topografisch, ziemlich niedrig ist. Da waren frühe Ozeane. Dann haben wir hier die Highlands und dann haben wir hier so ein paar Vulkane und hier haben wir den Canyon drin. Also ist es, die nördliche Hälfte sieht sehr anders aus wie die südliche Hälfte. Wir haben, was ich würde sagen, Beweise von Wasser auf dem Mars, das Wasser geflossen ist. Hier haben wir so schöne dendritische Pattern hier, um zu sehen, wie das normaler Fluss läuft. In Raul Valles von Mars Express, hier das Blaue ist nicht Wasser, aber das sind wasserhaltige Mineralien. So, Wasser ist schon da. Wir haben auch sehr viel Wassereis am Nordpol. Wir wissen inzwischen, dass das 90 Prozent Wassereis und 10 Prozent Kohlendioxid ist. So, uns. Die Einschätzung über Wasser auf dem Mars hat sich ziemlich geändert. In den 70er Jahren dachten wir das. 80er Jahre ist ein bisschen Wasser. 90er Jahre, naja, ist ein bisschen übertrieben. So viel Wasser ist da nicht. Aber, und das Wasser, das da ist, ist in der Form von Eis. Aber, vor vier Milliarden Jahren sah die Sache ganz anders aus. So sah Mars zu diesem Zeitpunkt aus und so sieht Mars heute aus. Also sie hatten die gleiche Größe. Aber im Prinzip, das war schön gefüllt mit Wasser. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt ein Habitat. Erstmal würden wir sagen, okay, dann müsste eigentlich Wasser sein. So, die Frage ist, Leben auf dem Mars vor vier Milliarden Jahren. Fangen wir wieder an. Wie bei der Venus. Da haben wir im Prinzip gleich dieselben Fragen wieder. Richtig? Ist das Leben separat auf dem Mars entstanden? Weil wir hatten ähnliche Bedingungen auf allen drei terrestrischen Planeten. Venus, Erde und Mars. Oder wurde das Leben von der frühen Erde zum frühen Mars mit Hilfe Metroiden transportiert? Oder eigentlich einfacher ist es die andersrum. Vom Mars zur Erde. Ja, weil wir zum Zentrum des Sonnensystems fliegen mit der Sonne als Gravitationsquelle. So, es könnte sein, dass wir alles Marsianer sind. Dass wir, dass das im Prinzip auf dem Mars, wenn es da Leben sind, sind unsere Cousins. Und wir sind die Kolonisten, die den neuen Planeten Erde kolonisiert haben. Wir wissen, dass das funktionieren kann. Wir wissen auch von einem berühmten Meteoriten, zu dem komme ich noch, H84001, dass das Innere niemals über 40 Grad Celsius erhitzt worden ist. So, wenn da Bakterien sind, haben sie es überlebt. Das ist wohl der berühmte Mars-Metroid. Und wie ich sehe, sind einige von Ihnen schon im älteren Semester und können sich auch daran erinnern vielleicht, als dieser kartoffelgroße Meteorit sehr viel hergemacht hat und zu diesem Zeitpunkt Bill Clinton eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, es sieht so aus, als hätten wir frühzeitiges Leben auf dem Mars entdeckt. Der ist wirklich sehr interessant, weil der organische Stoffwelt hält und vielleicht sogar Spuren von extraterrestrischem Leben. Das Bild ging zu diesem Zeitpunkt um die Welt und wurde gesagt, dass dieses hier möglicherweise Mikroben von Mars sind. Das ist sehr wahrscheinlich nicht so, weil das sind eher wahrscheinlich Minerale, oder die sich ein bisschen seltsam aussehen und sich dort gebildet haben. Von daher, keiner weiß natürlich, wie eine Mars-Mikrobe aussieht. Ein paar Leute haben sich vorgestellt, wir können das nicht total ausschließen. Allerdings gibt es eine andere Indizierung in diesen Meteoriten und das sind die Magnetitketten. Und die sind eigentlich eher wesentlich stärker an Beweis als irgendwelche Bilder. Weil in diesem RH84001-Metroiten sind diese Magnetitketten. Die Magnetite sind sehr rein und die haben sich so gebildet entlang so einer Achse hier, was typisch ist für magnetotaktische Bakterien, die es auf der Erde gibt und die sich mit deren Hilfe orientieren können zum Erdmagnetfeld. Und das hier ist von meinem Kollegen Alfonso hier, das ist eine in Kelly Lake in Kanada von magnetotaktischen Bakterien. Und die hier sehen halt ähnlich aus und genauso aus. Und solche reine Magnetite und in diesen Ketten kennen wir eigentlich nur aus der Biologie. Dann wissen wir, dass wir in den Analogwüsten auf der Erde, in der Atacama-Wüste, ich arbeite da ziemlich viel, und dass es dort selbst in den trockensten Gebieten, dass es da noch einmal in zehn Jahren oder so regnet, dass es dort noch Organismen gibt, die dort noch leben, die teilweise Dormant sind und dann wieder aktiv werden. Was wir auch gezeigt haben, dass es dort in diesen Salzkrusten Organismen, Mikroorganismen gibt von Deliqueszenz. Das heißt, diese Salze sind hygroskopisch. Das heißt, wenn Sie morgen früh Ihr Ei essen, haben Sie Ihren Salzstreuer dabei. Da sind in diesem Salz, neben dem Salz sind da Reiskörner drin. Warum sind die da drin? Weil das Salz das Wasser anzieht und das Salz klumpig macht. Die Reiskörner sind noch hygroskopischer und ziehen das Wasser an, sodass das Salz körnig bleibt. Nun, auf dem Mars oder so, oder in der Atacama haben wir keine Reiskörner, da ist das Salz da, da wird das klumpig. Und das geht so weit mit Deliqueszenz, dass das dann eine Lösung wird, eine Wasserlösung. Und wir haben zum Beispiel auch in Experimenten gezeigt, das haben wir gerade veröffentlicht, dass es Archeen gibt, also bestimmte Mikroben, die das Wasser nur durch die relative Luftfeuchtigkeit ansaugen können und dann Methan produzieren. Also wir brauchen da gar kein flüssiges Wasser im Folgen vom Regen oder ein Bach oder irgend sowas. Sondern das geht so. Und deshalb sind das die Chloridsentimente, die es auch auf dem Mars gibt, sehr interessant. Das ist im Prinzip so weit, wie das Leben gehen kann, unter ganz trockenen Bedingungen doch noch zu überleben. Dann hatten wir Viking. Daran können sich vielleicht gewisse Leute von Ihnen auch noch daran erinnern. Das war in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, das war die einzige Live-Detection-Mission, die je unternommen worden ist. Die Interpretation war zu diesem Zeitpunkt, dass Leben nicht entdeckt worden ist oder dass es unklar war. Was die Interpretation dazu gebracht hat, von dem Projektmanager zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich kein Leben, war, weil wir gesagt haben, das eine Gerät, das war ein GCMS, Gas-Chromatograph-Mass-Spektrometer, hat keine organischen Stoffe gefunden auf dem Mars. Nur heute wissen wir, dass es organische Stoffe auf dem Mars gibt. Und zwar der Curiosity Rover hat sie detektiert und auch Phoenix-Mission hat es schon detektiert. Die Sache ist es, dass es da Perchlorate gibt, die die organischen Stoffe ziemlich schnell dann oxidieren. Oder dass es dann in diesen als in diesen chlorinierten Verbindungen gibt. Nur wenn wir das zu diesem Viking gewusst hätten, hätten wir die Interpretation vielleicht anders ausgefallen. Job Hauptkoper und ich haben 2007 noch eine andere Hypothese aufgestellt. und zwar gesagt, in Zellen auf der Erde ist viel Wasser drin. Ich meine, wir brauchen viel Wasser, das ist ja keine Frage und die Zellen das meiste ist Wasser. Nur auf dem Mars wäre in Adaption, Wasserstoffperoxid mit dem Wasser zusammen zu mischen. Und das hätte sehr viele Vorteile. Und zwar wäre der Gefrierpunkt erniedrigt bis zu minus 56 Grad Celsius. Na, auf dem Mars ist es kalt. Das wäre eine ideale Adaption. Die Mischung ist unterkühlt und formt keine Eiskristalle. Das ist das Problem, was wir auf der Erde häufig haben. Wenn es unter den Gefrierpunkt geht, dann bilden sich Eiskristalle. Und das ist ein Mitgrund dann, warum es keine grünen Blätter momentan gibt. Die Mischung ist auch hygroskopisch, kann also auch Wasser direkt anziehen aus der Atmosphäre. Sie brauchen kein fließendes Wasser. Ist ein Reservoir von Sauerstoff. Und man könnte sich sogar so einen Stoffwechsel mit Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht, das würde dann organischer Kohlenstoff bilden und Wasser. Und wir könnten auch, das Wasserstoffperoxid könnte sich dann auch in Wasser und Sauerstoff zerlegen. So, es gäbe da schon Möglichkeiten wieder, wie Leben dort überleben können. Und auf der Erde wissen wir ja, dass extremophiles Leben fast überall möglich ist. Wir finden das auch in diesem anderen Analog, in den antarktischen Dry Valleys und Vulkanseen und so weiter. Auf dem Mars gibt es auch Wasser heute noch, selbst flüssiges Wasser, zumindest ab und zu. Wenn wir uns das hier angucken, das ist vom Mars Global Surveyor. Das ist in 2001 und das in 2005. Sie sehen hier den Unterschied. Hier den Gulli, da sieht man nichts. Und hier ist er ganz weiß. Die einfachste Erklärung ist da, was da passiert ist, da ist Wasser durch die Wand gebrochen und ist dort runtergeflossen und ist dann sublimiert. Und da ist nur noch das Salz übrig geblieben und das sehen wir jetzt. Okay, also das Wasser und das ist auch relativ nah, teilweise. Dann haben wir Methangas. Eine vulkanische Erklärung dafür ist recht unwahrscheinlich, weil Methan ist eigentlich nicht viel in vulkanischen Exhalationen. Da ist so viel Methan, dass das konsistent ist mit was von ungefähr einigen tausend Kühen produziert wird. Ich sage nicht, dass es da Kühe auf dem Mars gibt, aber wenn das genug Mikroben sind, das ist ungefähr, wie man sich das vorstellen kann. So, da gibt es im Prinzip jetzt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass vor vier Milliarden Jahren, als wir diese habitablen Bedingungen waren, dass da Organismen gab, die haben da Methan produziert und dann wurde das als diese Methan-Clathrate, wie nennt man das in Deutschen? Methan-Clathrates ist in Englisch, ja, und da festgefroren und das wird jetzt irgendwie freigesetzt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wie ich Ihnen erzählt habe von den Archeen, die wir gezeigt haben, die Methan produzieren können, einfach bei Deliquescence, dass die also im Prinzip heute noch aktiv sind. Und das ist eine der großen Fragen für Mars, wo das Methan jetzt herkommt. Der Curiosity-Rover hat das auch wieder detektiert. Das Methan ist auch nicht besonders stabil in der Atmosphäre vom Mars. Das geht wieder ziemlich schnell wieder weg. Das wird gespalten von der Strahlung. Wir haben unsere Argumente dazu in einem Buch mal zusammengefasst. We are not alone. Natürlich ein bisschen provokativ. In einem wissenschaftlichen Artikel haben wir das Case for Life on Mars. Weil einerseits ist es natürlich, und Carl Sagan hat gesagt, Extraordinary Claim, also außerordentliche Hypothesen brauchen außerordentliche Beweise. Aber für uns ist es eigentlich so, dass die außerordentliche Behauptung wäre, dass Mars niemals Leben hatte und heute und auch in der Vergangenheit niemals Leben hatte. Es wäre eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. So, wo würden wir Leben suchen auf dem Mars? Das hier ist auch kein Alien-Artefekt. Das ist ein Fallschirm vom Mars Rover Spirit. Eine Möglichkeit wäre in so Lava-Tube, in so Lava-Höhlen. Hier ist eine in Washington State. Da war ich drin. Auf dem Mars gibt es das auch. Die kann man da sehen. Die sind teilweise oben eingebrochen. Wenn wir in Lava-Höhlen auf der Erde gucken, dann finden wir sogar viele Fische. Auf dem Mars wären wir schon froh, wenn wir sowas finden. Das nennt sich Snodtide. Wenn man das übersetzt, ist das Popel. Das sind im Prinzip Schleimbakterien. Aber die ersetzen die Mineralien. Und die wären da eigentlich, wenn wir Leben finden, dann wäre das wahrscheinlich sowas. Wir können natürlich auch gucken an Lokalitäten mit hydrothermaler Aktivität. Das sind einige, die sind sehr ähnlich, wie auf der Erde, von wo wir ausgehen, dass da hydrothermale Aktivität existieren könnte oder auch passiert. Und Nili Fosay zum Beispiel, da hat man auch Methan gesehen. So ein paar von denen sind dann auch immer in der Auswahl, wo wir vielleicht den nächsten Rover hinschicken. Die derzeitige Mission ist hier der Curiosity Rover. Der ist eigentlich da, um die Habitabilität zu testen. Wir hatten da auch mal vorgeschlagen, den da hinzuschicken, wo wir vielleicht Leben finden können, wo es mehr interessant ist. Aber da haben wir dann Planetary Protection Probleme, weil der ist eigentlich keine Life Detection Mission. Der ist nicht sterilisiert genug. Weil wir wollen ja nicht, dass wir unsere eigenen Erdmikroben finden, die wir mitbringen. Das ist ExoMars. Das ist in 2020. Und so wie es aussieht, wird er auch dieses Jahr noch gestartet. Der ist dann mehr ausgerechnet, um Leben zu finden. Auch nicht eine echte Life Detection Mission, obwohl die Wissenschaftler, die daran arbeiten, das so ein bisschen behaupten. Das Interessante ist, dass der so einen Bohrer hat, mit dem man so ungefähr zwei Meter tief geht. Weil wenn wir Leben auf dem Mars haben, was wir eigentlich glauben, dann ist es wahrscheinlich nicht direkt an der Oberfläche, sondern ein bisschen drunter. Von daher, wenn wir da bohren, das ist schon ideal. Wir hatten auch mal eine andere Mission vorgeschlagen. Das ist so ein im Prinzip so Penetrators mit sechs Sonden. Das hier im Prinzip ist das Science Package, wo wir die Probe nehmen und analysieren. Dann so eine Antenne und da kommt er mit einem Fallschirm runter. Und die Idee war, dass wir da auch dahin können, wo wir Leben erwarten würden. Weil was passiert momentan ist, dass die Ingenieure uns sagen, nee, da kannst du nicht hin, nee, da kannst du nicht hin. Da haben wir Angst um unsere Sonde, dass die zerschellt und sowas. Wir wollen dahin, wo es interessant ist. Also unten drin in den Canyon-Rhein, Wallis-Marineris, oder da, wo wir auch denken, das Leben finden. Nicht auf einer schönen, flachen Ebene, wo keine Gesteine sind. Einen anderen Vorschlag ist von einem meiner Kollegen, der das ganz groß aufziehen will, dann mit dem Satelliten und mit Ballons und dann so verschiedenen Rovers. Und das ist natürlich eigentlich ideal, weil wir alles irgendwie herausfinden können. Nicht nur nach Leben gucken, sondern wirklich ein gutes, echtes, gutes Verständnis kriegen, was ja so wichtig ist, um dann das Leben, wenn es da ist, auch zu interpretieren. Für mich sieht das immer ein bisschen wie eine Invasion aus. Aber im Prinzip, wenn man das machen könnte, wäre das natürlich nicht schlecht. Das, was wir auch mal vorgeschlagen haben, ist eine Human One-Way-Mission zum Mars. Also eine Barbante-Mission, das im Prinzip, erstmal ist es natürlich viel billiger, wenn man die nicht mehr wieder zurückfliegt. Aber die Sache wäre dann auch, dass man dann die Leute dann versorgt, die dann dort sind und dort bleiben wollen. Die Ressourcen von dem Mars werden dann idealerweise genutzt. Wir haben eigentlich die Technologie, das auch so zu machen. NASA und ESA wollen das nicht machen, wegen politischer Korrektheit. und als wir das das eine Mal vorgeschlagen haben, ich hatte es mit einem Kollegen vorgeschlagen, NASA-Headquarter hat er gemeint, nein, sie würden nie sowas machen, sie würden ihre Astronauten immer zurückbringen. Allerdings weiß ich, dass in den 80er Jahren genau das, was NASA eigentlich auch geplant hatte, sowas. Wenn man das wirklich ernst nimmt und sagt, okay, wir wollen, dass wir eine Zwei-Planeten-Gesellschaft werden, dann ist das eine Möglichkeit, das zu machen. Wir fliegen jetzt erst mal weiter. Die Raketen und Raumschärfen werden ein bisschen futuristischer. Und das ist der Mond Europa. Der sieht so ein bisschen aus, wie so eine Eierschale, die so ein paar Risse hat. Hier ist das Bräunliche, das ist wahrscheinlich sehr viel Organik drin. Wir denken, dass die Struktur folgendermaßen ist, dass wir eine Eiskruste haben, die hat unterschiedliche Dicke. Manche sagen bis zu 10 Kilometer, aber es könnte auch wesentlich weniger sein. In manchen Gegenden ist es wahrscheinlich wesentlich weniger. Dann ist ein Ozean. Der Ozean ist ungefähr 100 Kilometer tief. Und dann ist da drüben ein Mantel aus Gestein. Und wir denken auch, dass wir diese hydrothermale Vents haben. Wenn wir das natürlich mit der Erde vergleichen, an diesen hydrothermalen Vents finden, wir leben. Und sehr viele, wir finden sogar Röhrenwürmer und so, also ein bisschen komplexeres Leben. Das wäre da natürlich sehr interessant, da hinzukommen. Da könnten wir vielleicht eventuell sogar Ökosystemen mit einfachem, mehrzelligem Leben finden. Das ist wahrscheinlich die einzige Stelle in unserem Sonnensystem, wo das eine Möglichkeit wäre. Wir sehen hier auch, das ist natürlich auf der Erde, also Röhrenwürmer und so was. Aber das ist da ziemlich viele Gase, die rauskommen. Aber das sind Oasen im Prinzip in der Tiefsee. Was wir da auch noch finden, sind auch Tiefseeorganismen. Ich habe das nur reingetan noch ein bisschen, um Ihnen zu zeigen, dass sich die Tiere, oder das sind jetzt Tiere, also sehr stark da adaptieren, wo sie leben. Und das hier, weiß jemand, was das ist? Ein Alien? Genau, eine Schildkröte. Kopf von einer Schildkröte. Diese Freunde hier, die sind auch adaptiert, besonders in die Tiefsee. Und sie sehen, hier sind keine Augen mehr. Oder die Augen sind zurückgebildet. Warum ist das so? Weil sie sowieso nichts sehen. Da unten ist es dunkel, richtig? Ein paar haben selbst produzierend Licht, große Zähne. Da kommen sicherlich da die, ein paar von denen von Star Wars, da kriegen die ihre Ideen her. Das hier ist der Grenadierfisch, der sehr häufig wo Titanic gesunken ist. Hat auch noch ein bisschen Blut da dran, am Rand. Und ich finde den hier sehr interessant. Das ist ein Tiefsee-Tintenfisch. Der hat überhaupt keine Augen mehr. Der hat auch keine Farben. Aber das sind auch Organismen, die auf unserem Planeten leben. Wir haben noch eigentlich viele andere von diesen Welten, wo wir eine Eisdecke drüber haben und unten drunter ein Ozean. Und wenn wir auf Europa viel Glück haben, dann könnten wir vielleicht noch sowas, so eine Garnere oder sowas finden. Wenn da wirklich auch komplexes Leben ist. Wie gesagt, ich glaube, das ist immer noch eine Möglichkeit. Es ist, wie wahrscheinlich ist, wissen wir nicht. Wir müssen da halt, müssten wir in den Ozean gehen. Das ist ein bisschen schwierig, weil Jupiter sehr viel Strahlung abgibt. Und wir dann auf der Eisschicht landen müssen und im Prinzip durchbohren müssen oder aufschmelzen müssen und da runter rein, um da hinzukommen. Dann fliegen wir weiter. Saturn und die Monde. Und das ist jetzt unser Raumschiff. Enceladus. Das ist ein Eismond. Und tut es rausspratzen da am Südpol. Und da sind auch organische Stoffe drin. Eine der nächsten Missionen ist dann, das zu analysieren, ob da vielleicht auch Leben drin ist. Vielleicht so vorbeizufliegen und das einzusammeln. Dann brauchen wir gar nicht landen. Und dann haben wir hier auch noch den wirklichen Todesstern von Star Wars. Mimas. Das ist halt ein uninteressanter eigentlich Gesteinsbrocken, aber das sieht halt so ein bisschen aus mit dem Meteoriteneinschlag. Der interessanteste Mond von meiner Vorstellung her ist Titan. Das ist auch der größte Mond im Sonnensystem. Hier ist Saturn. Das ist wie Titan aussieht im Teleskop. Sieht nicht so besonders aus, so ein bisschen rötlicher, orangeer Ball. Titan hat eine Atmosphäre. 1,5 Bar. Also dichtere Atmosphäre als die Erde. Die Oberfläche von der Cassini-Huygens-Missau wissen wir so, das ist eine der Oberflächen hier. Und wir sehen, hier ist eine Küstenlinie. Und das hier sind Kohlenwasserstoffseen. Wahrscheinlich aus Methan und Ethan und mit einem Schuss von Stickstoff drin. Das ist hier noch ein anderes Bild. Und wir sehen hier, dass hier auch solche dendritische Formen sind, dass es hier geflossen ist. Und dann in den Methansee reingeflossen ist. Nun können wir uns das natürlich wieder vorstellen. Wie war das vor 4 Milliarden Jahren? Da war der Mond sicherlich viel wärmer. Und Leben könnte sich dann mehr und mehr an die kalten Bedingungen, die momentan dort herrschen, angepasst haben. Momentan ist es natürlich schwierig, weil die Temperaturen so bei minus 180 Grad Celsius liegen. Aber deswegen ist das Methan halt flüssig. Da gibt es einige sehr interessante Sachen. Also es gibt nicht viele Krater. Das heißt, das ist ein dynamischer Mond. Und der ist aktiv. Flüssiges Ethan und Methan auf der Oberfläche. Und dann haben wir Ausgüsse von hellem und dunklem Material. Das eine musste Methan und Ethan sein. Aber das andere sollte eigentlich Wasser-Ammonia sein. So, dass es innen drin heißt also, dass es warm genug ist, dass das Wasser mit dem Ammonia gemischt flüssig ist. Und wir wissen, dass es viele organische Stoffe dort existieren. Wir haben hier diese Ölseen im Prinzip. Das ist ein Radar-Image hier. Und das ist das einzige Image, was wir haben vom Huygens-Länder. Das zeigt, dass es dort einige Gesteinsbrocken gibt. Hier haben wir auch vorgeschlagen, dass es dort doch Möglichkeiten gibt, obwohl es da so kalt ist, dass es da vielleicht Stoffwechsel passiert. Die Stoffwechselreaktion, die mögliche wäre Acetylen mit Wasserstoff zu Methan. Und das gibt recht viel Energie. Das ist schwierig für uns im Labor zu simulieren, weil wenn wir das mit Acetylen machen, fliegt unser Labor wahrscheinlich in die Luft. Die Sache ist, dass es auf dem Titan ist, es ist so kalt. Um da irgendwas zu erreichen, dass was passiert, muss es halbwegs energiereich sein. So, je kälter, je energiereicher muss die Reaktion sein. Das sind mehrere Sachen, die das unterstützen, die Hypothese. Wir wissen, dass sich das Acetylen photoschemisch in der Atmosphäre bildet. Wasserstoff ist auch reichlich in der Titans-Atmosphäre vorhanden. Und die Methankonzentrationen sind etwa 5%. Hier haben wir wieder das gleiche Problem. Methan ist eigentlich in der Atmosphäre nicht besonders stabil. Das zerfällt. So, eine mögliche Ursache könnte das, dass das Methan biologisch wieder gebildet wird und deswegen bei diesen hohen Konzentrationen existiert. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit und das ist mit der Form von Radikalen. Nur auf der Erde werden Radikale im Stoffwechsel normalerweise nicht benutzt oder sehr selten. Weil das Problem ist, wenn Ihr Körper Radikale benutzt, wird das Gewebe auseinandergerissen, weil es zu energiereich ist. So, auf der Erde, es fast alles läuft über Redoxreaktionen, reduzierend und oxidierend Reaktionen, die verbunden sind. Nur auf dem Titan, wie gesagt, ist es sehr kalt. Wir brauchen was, was wirklich viel Energie bereitet. Wir wissen, dass diese Radikale hier existieren und die können sich dann zusammentun. Das ist Cyanamide, CN2H2, das ist auf der Erde auch benutzt, um Minosäuren zu Proteinen zusammenzukleben im Prinzip. Und hier haben wir das hier, könnte HCN, das ist auch, wenn wir fünf von denen zusammen machen, haben wir eine Aminosäure. Also im Prinzip können wir uns vorstellen, wie da sogar organische Synthese unter diesen Bedingungen passiert und gleichzeitig Stoffwechsel. Auf der Erde sind diese Reaktionen, die ich gerade gezeigt habe, schwer zu kontrollieren und zerstören organische Moleküle im Organismus. Auf dem Titan mit Temperaturen unter 100 Kelvin sind diese Reaktionen kontrollierbar und geben dann genug Energie. Und wir können dadurch auch biologisch wichtige Stoffe bekommen. Wir wissen natürlich nicht, wenn wir jetzt auf dem Titan sind, würden wir von irgendwelchen extraterrestrischen Leben schon eine andere Biochemie erwarten. Deshalb müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wie, was, gewisse Sachen müssten dann schon anders ablaufen. Wir machen dazu auch Forschung, und dazu nur ein Slide, in einem Asphaltsee in Trinidad und Tobago. Und da ist auch flüssiges Asphalt. Und da haben wir sehr wenig Wasser eigentlich. Nur wenn es, das oben hat es dann geregnet, aber das hier, hier drin. Aber dort haben wir auch Leben gefunden. Natürlich, der Unterschied ist, dass es da wesentlich wärmer ist. Und wir haben halt nirgends auf der Erde, wo es flüssiges Methan gibt. Auf der Erde ist es nicht so kalt. Aber wir haben da im Prinzip auch Ölmatrix und wir gucken, da ist Wasser drin mitgemengt und wie die Organismen dort leben. Die Mission, die wir einmal hatten, ich war da auch mit auf dem Forschungsantrag mit drauf, leider ist es nicht durchgegangen, ist, dass wir so eine Titan-Saturn-System-Mission machen wollten, mit einem Orbiter, mit einem Ballon. Stellen Sie sich vor, wie cool es wäre, mit einem Ballon da über diesen Methansee drüber zu fliegen. Wäre ein bisschen kalt, aber. Und dann auch noch ein Floater oder so Lander, der im Prinzip auf dem Methansee entlang schwimmt und dann Proben nimmt. So, das war die Idee. Leider hat sich das nicht materialisiert. Nächste Station wären dann Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Also es gibt da viele, sehr viele sogenannte M-Sterne, die sind nicht so energiereich wie unsere Sonne. Und die Frage ist da gerne, könnte es dort Leben geben und wie anders könnte es sein? Und wir haben da jetzt wirklich ein tolles Raumschiff. Wir können uns nur ungefähr vorstellen, wie das vielleicht aussehen könnte. Die Sache ist, wenn wir jetzt ein M-Sternen sind, dann ist die habitable Zone, wo da flüssiges Wasser noch auf der Oberfläche ist, ist wesentlich näher dran am Stern. Das gibt ab und zu ein bisschen Probleme. Das hier ist ein G-Stern, das ist wie die Sonne. Und der idealste Stern für Leben ist weder ein G-Stern noch ein M-Stern, das ist ein K-Stern, das ist dazwischen. Weil G-Sterne sind halt ziemlich viel Aktivität, ganz am Anfang, wenn das Leben entstehen sollte. Und wir wissen halt von auch unserem Planeten, dass die habitable Zone am Wandern ist. Also in einem Milliarde Jahre wird unsere Erde nicht mehr habitabel für Menschen sein, weil die Sonne mit der Zeit stärker und stärker wird. Die M-Sterne haben das Problem nicht, aber sie sind zu nah dran und es sind sehr viele Players und sowas. Und K-Sterne sind eigentlich am idealsten. Wir sind sowieso ein bisschen freg, weil G-Sterne sind nur 8% aller Sterne in der Galaxie oder im Universum wahrscheinlich auch. Was uns nun wirklich interessieren würde, ist natürlich globale Biosphären, dass wir Leben finden, so wie das Pferd, nicht nur Mikroben. Wenn wir jetzt uns denken an eine globale Biosphäre, wie würde das funktionieren? Wir wollen wirklich komplexes Leben haben. Brauchen wir denn eine ganze Biosphäre? Es sieht so aus, und für wie lange? Das ist die Frage. Zwei Hypothesen. Die eine ist die Rare Earth Hypothese, dass die Erde sehr selten ist, dass für die Evolution vom komplexen Leben brauchen wir eine unwahrscheinliche Kombination von astrophysikalischen, geologischen und biologischen Umständen. Daher ist die Evolution vom komplexen extraterrestrischen Leben sehr unwahrscheinlich und extrem selten. Das war im Jahr 2000 eine Hypothese, die vertreten worden ist. Wir haben gesagt, wir glauben, dass das nicht so ist. Und wir haben die Cosmic Zoo Hypothese aufgestellt. Wir haben uns die Evolution auf der Erde angeguckt und gefunden, dass die Innovationssprünge, die es gab während des Evolutions des Lebens auf der Erde, viele Male passiert sind und auf verschiedene Weise. Teilweise auch verschiedene biochemische Lösungen. Allerdings, und das ist das Wichtigste, mit der selten Funktion. Und unsere Hypothese ist, wenn es stabile, habitable Planeten häufig gibt, dann ist auch komplexes Leben sehr häufig. So, wie würden wir davon testen? Also erstmal mit den Funktionen. Wie gesagt, das mit den Funktionen ist wichtig. Wir verstehen unser komplexes Leben. Viele Zelltypen, spezialisierte Funktionen, ein komplexes Entwicklungsprogramm, also Bewegung auf Reizen und sowas. Nur um zu zeigen, dass es verschiedene Lösungen sind. Das ist das Auge, ja. Ich meine, das wurde mehrere Male unabhängig voneinander entwickelt. Wie bei Insekten, bei Vögeln, Säugetieren, bei Spinnen. Wir haben Flugsaurier, also Flugentwicklung. Wir haben Insekten, also fast alle Insekten können fliegen, oder sehr, sehr viele. Fledermäuse, sogar Fische, die fliegen können. Flug wurde so viele Male unabhängig entwickelt. Die Idee, um das zu testen, was wir machen, dass wir uns die Entwicklungssprünge angucken und die Schlüsselinnovationen. Und wenn es da mehrere Wege gab, das zu erreichen, ist dann das wahrscheinlich, dass wir in einem kosmischen Zoo, einem kosmischen Zoo oder lebendigen Universum leben. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir diesen Weg gehen, dass wir wieder Tiere und Pflanzen bekommen, wie auf der Erde. Aber Lebewesen, die in ihrer Funktionalität Tieren und Pflanzen gleichen. Das haben wir dann gemacht und getestet, also in der englischen Version Cosmic Zoo, Complex Life on Many Worlds. In der deutschen Version das lebendige Universum, komplexes Leben auf vielen Planeten. Was wir da herausgefunden haben, ist, dass wahrscheinlich ist, dass es komplexes Leben gibt. Es sind zwei kleinere Probleme im Prinzip. Einer ist der Ursprung des Lebens. Wir wissen immer noch nicht, wie das passiert ist. Wir denken, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht einzigartig ist. Wir haben aber keinen direkten Beweis. Aber wenn das Leben, wenn das nicht absolut selten ist, dann werden wir viele Organismen haben, die zumindest auf dem Level von intelligentem Leben sind, wie Delfine, Tintenfische, Menschenaffen, Krähen zum Beispiel. Das sind alles intelligente Tiere. Technologische Intelligenz ist schon wieder ein bisschen schwieriger, weil das gab es nur einmal auf der Erde. Das können wir nicht sagen. Aber bis zur intelligenten Tier- und Pflanzenwelt und so sollte das eigentlich recht häufig sein. Was ist der Fortschritt, eine zweite Erde zu finden? Wir kennen mehr als 4000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems schon. Und das werden mehr und mehr. Am Anfang hatten wir wenig von denen hier, von Erdähnlichen, von der Erdgröße und sowas, aber das werden jetzt immer mehr. Also unsere Technologie wird besser und besser. Dadurch werden wir mehr und mehr Planeten noch entdecken. Wie wir die detektieren? Also die Hauptdetektionsmethode ist, mit diesen planetarischen Transits, wenn man so einen anderen Planeten vor der Sonne ist, dann verdunkelt sich die Sonne bei 1%. Das kann man dann detektieren. Radialgeschwindigkeit mit einem Doppler-Effekt oder astrometrische Beobachtung. Das Hauptproblem ist wirklich momentan, dass man, wenn man dieses eine Lichtpixel oder so bekommt, dass man nicht unterscheiden kann zwischen dem Planet und dem Stern. Was die Zukunft ist, ist ein Direct Images, so eine Methode wie Starshade, wo man so ein Starshade ins Weltraum, dann hier ein Teleskop und das direkt, exakt justiert. Und dann kann man mehr Informationen rausbekommen, zum Beispiel Messung von durchschnittlicher Temperatur und Druck ist flüssiges Wasser auf dem Planet stabil. Wir könnten vielleicht sogar Ozeaner, Kontinente und Polar-Eiskappen erkennen. Das wäre wichtig, weil das uns erzählen würde, okay, die Umwelt ist komplex und fragmentiert. Das hier ist übrigens Titan wieder, mein Lieblingsmond. Und zwar diese Reflexionen sind von den Methanseen. Und natürlich, wir würden gerne die atmosphärische Zusammensetzung herausfinden. Sind das Gase konsistent mit Leben? Was noch gibt es im Vegetation Red Edge, wenn Chlorophyll-basierende Vegetation dort ist? So, die nächste Herausforderung ist wirklich von einem Pixel zur Kartierung eines Exoplaneten. Haben wir jetzt einen grünen Planeten, da haben wir einen Wüstenplaneten. Gibt es da Leben? Oder sollten wir einen Besuch abstatten? Das sage ich immer meinen Studenten. Als Astrobiologe müssen wir close and personal sein, also sehr nah herangehen. Wenn wir nur wie so ein Moskito um den Planeten herum orbiten, dann bringt das nicht allzu viel. Wir müssen wirklich landen und nachschauen. Der nächste Exoplanet ist Proxima B, 4,2 Lichtjahre entfernt, 1,3 Erdmassen. Der Orbit ist 11,2 Tage. Das liegt daran, dass es ein M-Stern ist. Er ist ziemlich schnell drumherum. Er könnte sogar in der habitablen Zone sein. Aber wir wissen, dass diese M-Sterne gerade am Anfang ziemlich viele Solar Flares haben hier. Wir sehen das. Da ist wahrscheinlich nicht das. Das ist eher sowas wie Merkur oder sowas. Natürlich, um dorthin zu kommen, würde es auch ziemlich lange dauern. Mit Technologie, wie wir uns denken können, wie es funktionieren könnte, ist es mindestens 40 Jahre. Im Prinzip könnten wir auf 10% der Lichtgeschwindigkeit kommen, wenn wir ständig beschleunigen. Aber natürlich ist das dann ein Problem, da müssen wir auch irgendwann mal wieder abbremsen. Sonst fliegen wir nur im Bruchteil der Sekunde am Proxima B vorbei und das bringt auch nichts. Wir müssen also in Orbit kommen. Die ganze Mission wird so 120 Jahre oder sowas dauern. Das bessere Testgelände ist wirklich unser Sonnensystem. Mit Venus, Mars, Europa, Titan haben wir eigentlich schon relativ viel Diversität. Auf Europa könnten wir auch noch komplexes Leben finden. Wirklich sehr interessant ist halt das Fermi-Paradox. Über technologisches Leben. Wo sind die intelligenten Außerirdischen? Das ist die Drake-Equation. Ich denke nicht, dass das eine echte Gleichung ist. Das ist halt eine Schätzung. Und wir wissen halt nicht, was wir wo reintun können. Ein paar Sachen, dadurch, dass wir so viele Exoplaneten haben, wissen wir natürlich, okay, das ist prima. Aber wir wissen nicht, auf wie vielen da das Leben sich bilden könnte. So, warum sind wir nicht in Kontakt? Vielleicht sind wir in einem menschlichen Zoo oder Naturreservat. Das ist vielleicht für die sehr interessant. Oder wenn Sie Star Trek-Fan sind, Prime Directive. Dass sie nicht mit uns interagieren wollen. Vielleicht zerstören sich hochentwickelte Zivilisationen, selber während der Entwicklung, AI übernehmen die Macht, schwarze Löcher oder nuclear Holocaust. Aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Oder ist es vielleicht ein statistisches Problem? Ich glaube, da kommen wir der Sache wirklich näher. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass eine Zivilisation in unserer kosmischen Nachbarschaft auf dem exakt gleichen Technologienniveau ist wie wir? Und wir sind erst seit 100 Jahren, dass wir Radiowellen ausstrahlen. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mein Walkie-Talkie habe, das auf eine Frequenz stelle und durch die Innenstadt von Göttingen gehe und gucke, ob da mich irgendjemand antwortet. Wahrscheinlich tut keiner Antworten, weil jeder auf Facebook sitzt. Die gleiche Technologie ist ein Problem und die Entfernung. Oder vielleicht sind wir einfach nur zu arrogant. Ich meine, wenn wir eine neue Wurmspecies im Amazonas entdecken, dann versuchen wir auch nicht in Kontakt zu treten. Wo können wir die intelligenten ETs finden? Gut, wenn wir so einen Rover oder sowas irgendwo finden, dann Bingo, ne? Weil das wird sich nicht von alleine wieder zusammensetzen oder sowas. Das muss dann intelligente Außerirdische sein, wenn die das da finden. Und dann gibt es halt verschiedene SETI-Programme. Wenn wir sowas finden, momentifiziert oder andere Spuren, das hier sind von Muscheln, das sind Spuren vom Dinosaurier, das wäre natürlich auch schon sehr schön. Vielleicht sind sie ja schon vorbeigeflogen. Das ist der süßeste Alien, den ich auf dem Internet finden konnte, mit dem UFO hier. Und die fragen sich, ob Leben auf der Erde ist. Was würden die denn sehen? Viel Wasser, große wolkenfreie Regionen. Das heißt viel UV-Bestrahlung. Unser Alien ist ja intelligent, der weiß, UV-Bestrahlung ist nicht gut. Dann aggressive oxidierender Stoff in der Atmosphäre, Sauerstoff. Das mag er auch nicht so. Und dann gibt es eigentlich nur Spuren von organischen Stoffen in der Atmosphäre. Das sieht nicht nach Leben aus. Unser Alien ist ja intelligent. Der weiß, wir brauchen Organik, um Leben zu haben. Wenn da keine organischen Stoffe in der Atmosphäre sind, ist da wahrscheinlich auch kein Leben. Aber noch schlimmer, die Atmosphäre ist mit 21% Sauerstoff nah an der kritischen Explosionskonzentration. Jetzt kriegt unser Alien auch noch Angst. Das Ganze könnte ja auseinanderfliegen. Und wenn er sich die Kontinente hier anguckt, das ist jetzt Afrika, ich müsste das jetzt ein bisschen rumdrehen. Leider habe ich keinen gefunden, wo Nordamerika direkt da drauf ist. Das in Kalifornien ist ja ständig am Brennen. Waldbrände und sowas. Oder Australien jetzt. Denn jetzt hat der Alien noch mehr Angst. Und der ganze große Teil der Oberfläche ist bedeckt mit einem seltsamen Lösungsmittel, das wir Wasser nennen. Wie könnte darin Leben möglich sein in diesem komischen Stoff? Natürlich wissen wir, dass Leben auf der Erde ist und es auch Indikatoren gibt, dass es für Leben auf der Erde, wenn da jemand vorbeifliegt. Aber wir müssen uns freimachen, zu erdzentrisch zu denken, sondern Möglichkeiten offen lassen. yea Если bitte gelesen, damit es viel to typisch gibt, Bis dann, wie passt denn? Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.